Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch bekannt geben, dass ich ab dem 1. Januar 2013 ein 365-Tage-Projekt starten möchte. Das Projekt selber heißt auch das 365-Tage-Projekt. Und was ist das Ziel dieses Projektes? Das Ziel ist, ich möchte nach diesem Jahr eigentlich so gut wie möglich frei von Windows-Betriebssystemen sein und es sollte auf keinem meiner Hardware, also nicht auf meinem Notebook und nicht auf meinem PC Windows als Hausbetriebssystem laufen, sondern wenn es wirklich noch sein muss, in einer virtuellen Umgebung. Und hier möchte ich dann wirklich mit Linux Ubuntu oder einer anderen Linux Distribution arbeiten. Arbeiten mit Mac OS X sollte so selten wie möglich der Fall sein, denn auch hier habe ich vor, mich von meinen Apple-Produkten zu trennen. Einfach auch, weil mir die Investition viel zu hoch ist und auch die Programme, die ich hier gekauft habe, das sind ein Vermögen. Und ich möchte einfach aus diesem Kreislauf, ja, gemolken zu werden, wie eine Kuh, sage ich immer dazu, langsam heraus, weil ich einfach viel zu viel Geld da investiert habe und ich besitze schon seit über 20 Jahren Computer. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann könnte man sich, glaube ich, schon ein kleines Häuschen kaufen. Ja, keine Investitionen in Mac OS X und Windows Software, eben wie vorhin schon erwähnt. Das ist mein Ziel, dass ich auch in dieser Zeit keine Apps mehr für mein iPad oder auch keine Windows Software mehr für meinen Windows Rechner kaufe. Ja, und ich möchte komplett frei arbeiten können mit meiner Linux Distribution. Momentan ist es Linux Ubuntu. Natürlich kann nach einem Jahr das eine andere Distribution sein. Da will ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich festlegen, aber ich denke, Ubuntu hat sehr gute Karten bei mir. So, und was erwartet euch in dieser Zeit? Ich möchte mindestens einmal in der Woche ein Video vorbereiten auf diesem YouTube-Kanal und in dem ich meine Erfahrungen mit Linux mit euch teilen möchte, sei es negativ oder positiv. Ich habe auch diesbezüglich mir so ein Notebook besorgt, was nicht das neueste Modell ist. Da ist auch schon Linux drauf, also möchte ich auch mit euch meine mobile Erfahrungen mit Linux dann mit euch teilen. Ja, ganz klar Softwarelösungen zu kommerziellen Software. Das heißt, ich möchte zum Beispiel Videobearbeitung, Grafikbearbeitung. Zu diesen Programmen, wo ich unter Windows und Mac OS X schon habe, möchte ich kostenlose Open Source Lösungen finden und diese dann auf diesem YouTube-Kanal veröffentlichen und vielleicht auch gerade so bei Videobearbeitung ein Videobearbeitungsbeispiel vorführen, dass ihr einfach mal sehen könnt, auf was denn ihr dann verzichten würdet, wenn ihr auf Linux setzt. Ja, und die Neuigkeiten zu den Linux-Distributionen werde ich dann auch auf diesem Kanal mit euch teilen. Das versteht sich ja von selber, dass ich in dieser Zeit auch vorhabe, mehrere Computerzeitungen, Linux-Computerzeitungen zu lesen, Bücher mir zu bestellen. Und dadurch werde ich höchstwahrscheinlich die Neuigkeiten erfahren und diese Neuigkeiten werde ich dann auch auf diesem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ja, und dann auch noch die Hardware-Tests. Es ist ja immer im Vorfeld schwer abzuwägen, auf welcher Hardware läuft denn Linux wirklich problemlos. Und diese Punkte, so gut wie es geht, möchte ich dann auch behandeln, welche Grafikkartentreiber eben oder was für PC-Zusammensetzungen sind ideal für Linux. Und auch auf solche Themen möchte ich eingehen. Ja, das Zusammenspiel von mobilen Geräten mit Linux, das erklärt sich eigentlich von selber. Wie verhält sich mein, ja, Apple-iPhone mit Linux, wie verhält sich mein Samsung Galaxy mit Linux. Auch diese Thematiken werde ich befassen. Habe ich euer Interesse geweckt, dann würde ich euch bitten, abonniert meinen Doktor-Ubuntu-1-Kanal. Schaut regelmäßig auf meinen Blog. Es wird einen Blog geben unter www.drubuntu.de.vu. Das ist eine kostenlose Domain. Deswegen die Endung de.vu. Aber ich denke, wenn ihr wirklich Interesse habt, wird dieser Zusatz euch nicht stören. Und auch auf diesem Blog werde ich dann, ja, meine Anliegen mit euch teilen. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt natürlich mir diesbezüglich schreiben, wie ihr diese Idee findet, ob ihr dieses Projekt unterstützen möchtet. Und wenn, dann bewertet mein Videos. Also, gebt einen Daumen hoch, schreibt was dazu. Favorisiert es, damit auch eure Abonnenten sehen. Dann habt ihr eigentlich schon mein Projekt Genüge unterstützt. Und noch besser wäre es natürlich, wenn ihr dann noch ein bisschen Werbung für mein Projekt machen würdet. Das würde mich natürlich auch freuen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich weiterhin auf diesem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Video.